Wir können so einen buddhistischen Tempel errichten. Warum sitzen die Testis immer im Boden drin, jeden Tag hier? Weiß es nicht. Das nervt so. Liebes Mojang Team. Das ist das einzige was, ja, boah, halt gemütlich zu sein. Das muss die Antwort sein. Ist einfach nur warm. Der Boden ist warm? Nein, im Stein drin. Ist es warm? Ja. Aha. Do you know? Aha. Warn ist es mit dem ganzen Sand, den wir hier abgefarmt haben? Äh. Äh. Also bei Techit würde ich jetzt sagen recyceln, aber. Hm. Ja stimmt, hast du eigentlich mal... Oh. Oh. Docken gequatscht? Oh. Hä? Nochmal. Ach Wayne, Wayne. Wird ne Überraschung Jungs, wird ne Überraschung. Ah. Ah. Äh. Ja. Was denn? Keine Systematik hier in deinem Bauern. Ein betrunkenes Hühnchen würde schön erbauen. Hühnchen und Betrunken? Ich fand den Vergleich cool. Das ist wieder ein polnisches Sprichwort. Ne. Hahaha. Hahaha. Die sind noch cooler. Oh, hier wirds schön grün. Ah, da noch. Du hast noch nichts zur Mauer gesagt, wie toll die ist und so. Gut gemacht Adam. Cool. Sieht episch aus. Hammergeil. Hm. Ja. Hahaha. Ich mag die nicht. Ich saß da jetzt 10 Folgen dran, glaub ich. Hahaha. Ich weiß. Wunderbar. Wunderbar. Sie ist noch nicht ganz ausgeleuchtet. Kann sich nicht beschweren. Nein. Indirekt tust du es schon. Oh nein. Ganz wie cool. Ehrlich jetzt. Na? Glaub ich dir nicht. Kann ich dir nur. Kann ichs dir nur beweisen Adam. Hahaha. Okay. Ding Ding. Ich geh mal wechseln. Hahaha. Hahaha. Oh Gott. Wir brauchen so viel Dirt, Alter. Hast du mal gesehen, wie viel wir hier umwechseln müssen. Wie viel hast du nur gefarmt? Kevin. Raus aus dem Haus. Ja. Ich hab noch. Wie mach ich das hier aus dir, hä? Willst du so aussehen? Willst du so enten? Hä? So? So? Okay. Ich glaub es sind Stakes, oder? Moment. Ja. Moment Kevin. Du verkackter Testi. Hau ab jetzt. Dein Schwert mag dich. So. Ähm. Aber ja. Hier wirds bisschen freaky. Hier den Berg könnte man auch bisschen kleiner machen. So auf. Hier alles weg. Und hier dann Dirt hinso. Okay. Yeah. Yeah. Tsch. Tsch. Nyaaau. Dann. Ich setz mich mal hier oben hin. Machen mir ein Bierchen auf. Und bringen dumme Kommentare. Nyaau. 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 Hahaha. 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 Es ist Sonntag. Noch eins tiefer gell? Für Dörter. Und. Schneller. Ich seh dich nicht bauen. Mal von hier. Muuu. Wumm. Krass oder? Die Testis sind eins verwirrt. Muuu. 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 ja hier das fixe ich noch. Hier seh'n noch nen Unfall. Mir geht nämlich grad so'n bisschen Dirt aus. Ja wir haben noch bisschen was unten gell? Das ist glaube ich zu wenig. Ja sechs Stacks glaube ich oder so sind das noch. Ein bissel was. Ja fünf irgendwie so. Ich glaub nicht. Ah bauen wir mal wieder Kürbis ab. Dün 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 dün. Geht dir langsam mal noch was aus? Gucken wir mal. Jörter, wo bist du? Zuhause. Oh da sind echt, da ist echt ein bisschen was. Ah ich, ich lüge ich. Hab ich jemals gelogen. Hauen wir Sand in, ja. Hauen wir Sand in, in die Kiste rein. Und 360! Oh Gott, okay das war echt bisschen hoch. Wie der Testy mich nachmacht. Ich hab grad so ein 360 von oben versucht zu machen und Testy ist hinterher geschwungen. Jetzt versuch das nochmal. Testy? Wie viel Sand haben wir denn? Hast du Sand auch richtig rein? Oh Gott, ist das fiesand. Ah, noch ein bisschen fiesand. Glaser mach ich auch recht. Steaks, Steaks. Ich glaub ich muss diesen Berg ein bisschen anessen. Ah, Rennpaulder hab ich. Können auch TNT machen, wir haben da schon ein bisschen was. So, mach jetzt mal hier ein bisschen terraforming. Warte ich will zukommen, ich will zukommen. Moment, Moment, Moment. Fangen hier an. Bis zur Wand. Warte, 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 warte. Wo bist denn du? Ah ja, willst du da die ganzen Berg weg machen? Ja. Überall ne gute Aussicht. Ist das ständig. Schneller mal kurz, die Sonne geht unter. Wo ist die Wand? Ach, da ist die Wand. Die siehst du schon. Warst du aber auch schon mal schneller? Ja, das war jetzt grad nicht mit Fullspeed. Jetzt kommt Fullspeed. Sag mir, wenn du auf Sandstone triffst, komm ich hin. Und nochmal durch. Gott sei Dank ist hier alles aus Sand, ey. Da ist Sandstone, soviel du willst. Ich glaub in der Folge ändert sich jetzt so viel in der Stadt, wie sie es in 10 Folgen nicht geändert hat. Ja, stimmt. Wenn irgendjemand heute die Folge verpennt hat, selber schuld. Blöde ist jetzt. Muss ich dann bald wieder farmen gehen, damit ich die reparieren kann und umbenennen kann. Kannst du Speedy Gonzales nennen? Ja, Mann. Du hast recht. Die heißt Speedy Gonzales. So, ihr könnt uns ja mal in die Comments so lustige... Die schnellste Schaufel aus Mexiko. Scheißnamen schreiben. Wie wir unsere Waffen uns so nennen sollen. Let's go. Also ich fühl mich grad wie ein Tackett oder so. Ich mach meine Pickaxe die ganze Zeit noch kaputt irgendwie. Ja, deine verliert sowieso doppelt so schnell, wenn du sowas... Aber die hat eh Unbreaking 3. Okay. Ey, geh mal wieder schlafen, ne? Weil es ist... Duster wieder. Jo, geh mal. Kann hier nix mehr aufheben. Und schmeißen wir das... Ist voll komisch grad. Ich schau da rüber. Gott ey, schau mal. Eigentlich könnten die alles hier schon gerade machen. Versetzen die ganze Stadt. Aber dann, dann sieht es nicht so, so Stadtfeeling mäßig aus. Nein? Wenn du weißt, was ich meine... Ah, Spinne. Lauf. Lauf. Kein Sprint mehr. Er sagt. 360. Oh, leider. Jetzt hat uns grad jemand abonniert mit dem... Minecraft PG5. Ein komisch sprachiger Name. Wo bist du? Ja. Ich bin hier alleine mit den Testis. Ich schmeiß mein Sand noch in die Kiste. Warte. Räum auf, bevor ich schlafen gehe, okay? Na gut, gut, gut. So, jetzt kann ich auch... Und... Du hast keine Chance. Wie oft hab ich den Jokescheich gemacht? Weiß ich nicht. Weil ich hab die Tür abgerissen. Mwoh. Deswegen steht jedes Mal das. Warte, jetzt will ich's mal versuchen bei dir hier. So Sand auf die Fresse drauf, Döffel. Ich lieg rechts neben Bett. So, bei mir liegst du aber richtig. Na egal. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung. BR 2018